Das war der erste Sprung im ersten Durchgang im Synchronspringen von Lars und Ande. Sehr gut vorgelegt, aber da kommen ja noch eine ganze Menge anderer Teams, die gleich antreten werden. Damit herzlich willkommen zurück beim großen TV-Total-Turmspringen in der ausverkauften Olympia-Schwimmhalle in München. Und bevor es jetzt gleich wieder sportlich wird, geht es erst einmal musikalisch weiter. Der erfolgreichste Boy-Group der Welt ist endlich wieder zu 5. Bis dato haben sie mehr als 130 Millionen Platten verkauft. Ihr neues Album sieht so aus und heißt In a World Like This. Nächstes Jahr starten sie ihre Tour hier nebenan im Münchner Olympiastadion. Heute haben sie ihre neue Single mitgebracht. Hier sind die Backstreet Boys mit Show Him What You Made Of. Hier sind die Backstreet Boys mit Show Him What You Made Of. I've seen it all a thousand times Falling down I'm still alive Am I Am I Am I So hard to breathe When the waters high Need to swim So hard to breathe when the water's high I need to swim I learned to fly Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020